... für etwas Sprit. Und da wären wir auch schon wieder in... ...Zombie... Ah... Boah, wa... Nah... ... ... ... ... ... Okay... Ich habe mir gerade mal eben geguckt, wen suche ich mir denn hier aus. Alter, ist hier viel Lust. Holy moly. Das wird lustig. Das wird lustig. Ich wüsste gerne, ob jetzt da unten mal ein Zombie auf mich wartet. Ich wüsste gerne, ob jetzt da unten mal ein Zombie auf mich wartet. Oder seht ihr auf der Straße noch irgendwelche Zombies? Alter, ich kann nicht... Wer sagt, wo die Zombies sind? Wo, 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 wo? Okay, wir gehen den anderen Weg runter. Ich glaube nicht, dass da welche auf mich warten. Hoffe ich zumindest. Ich habe eine Flinte. Und ich bin bereit, sie gegen euch Pisse einzusetzen. Der Spucker ist ja weg. Alter, ich habe eine Versammlung da organisiert. Ich habe keine Granaten. Tatsache. Die Pisser, die sammeln sich unter mir. Das Problem bei der Flinte ist, zwei Schuss und dann nachladen. Denkt ihr wirklich, die lassen mich nachladen? So, Facelift. Kann ich jeden Einzelnen triggern? Das wäre cool. Wenn ich einen Shotgun abdrücke, dann war es das, ne? Einer von denen hat einen Molo. Und den könnte ich gebrauchen. Sogar er hat einen. Molo. Okay. Okay. Bitte, was ich jetzt sehen? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. 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 Immer zwischendurch. Beine. So. So. Oh, verdammt. 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 infiziert hat nichts die ist lieber von fisch und chips das sind pommes und fisch glaube ich in england nennt man das ja anders ich kann bald nichts natürlich ist er tot da sind noch mehr zombies ach komm ernsthaft muss man sich wegen dir wegschmeißen maschinenpistole ich habe ein sturmgewehr keine maschinenpistole jetzt habe ich die molotovs zwei und granate eine das ist so wichtig weißt du was ich muss mal eben da hinten der infizierte bewegt sich auch noch weißt du was ich habe so viel schuss von der schrotflinte dass ich ruhig einmal abschießen kann hier ich will keine granate dafür jetzt verschwenden oder so es ist ziemlich hell hier also nebelig aber hell wie viele zombies haben wir denn jetzt schon erledigt ja ich muss immer nachgucken oh es fehlen uns nur noch 30 stück ja du musst auch mal sterben und zwar komplett was 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 liegt eigentlich hier armbrustbolzen ne brauche ich nicht verschwendung natürlich wenn man so viele armbrustbolzen hat dann kann man sie natürlich auch mal verwenden hm dixi klo wo müssen wir denn hin wo ist denn die tankstelle da oben ist ne nachricht komme ich da ran das ist aber keine die nachricht oder 0 8 1 1 wo wird das denn hier verwendet was haben wir hier drugstore können wir nicht rein ach hier war doch irgendwo eine tür wo man dietrich genau wo gehe ich jetzt hin was war diese tür hier wow schließen gas station still alive sorry no gas was das ist aber auch eine gas station keine gas station das heißt er hat nichts mehr das heißt er hat nichts mehr echt jetzt hier brauchen wir wieder ne kika haben wir sowas nein haben wir nicht also müssen wir hier wieder weg gehen wir in die gas station kommen ich höre nur gas hier am arsch bitte kommen sie rein hier sind sie sicher was gibt's neues sie waren so lange fort nein nein weine nicht es ist nicht deine schuld wer sind sie wo ist mein sohn dad kommst du mal bitte ich komme junge ich komme nun sei ein guter junge hilf deiner mutter mach schnell sie braucht die antibiotika und vergiss den schlüssel nicht haben sie keine angst junge ich habe mehr angst vor dir als vor den zombies da draußen was bist denn du für eine alter alter ptf das ist gar nicht wo ist das pad upgrade also von dem bekommen wir pad upgrade alter die werden doch hier alle sterben alter die mutter ist so bestimmt hoch infiziert deswegen sollen wir antibiotika die halten sie doch im keller und füttern sie mit fleisch und wir sind die beide schnappe wo ist der sprit ist das ein ernst sprit gegen antibiotika verdammt das ist ein tod hörst du ich brauche immer noch eine keycard kann man echt nicht hier landen ich dachte man könnte dann auch hier lang okay vielleicht jetzt so anders genau folgen wir mal den weg was war das was konnte ich hier machen irgendwie drüber steigen wahrscheinlich boah der typ ist auch sowas von nervös gewesen hab das gesehen ich glaube er hat uns den schlüssel für das hier gegeben holy shit das design ist wirklich immer das gleiche die gleichen totenköpfe alle wände sind gleich aus heißt die haben sich wirklich keine mühe gegeben also keiner sprayt an jeder wand das gleiche oder wurden die wände vorher so gemacht die beckenfields erst mal gucke ich ob ich überhaupt nicht dass ich ein cct die ähm 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 die 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 Upgrade für die ganzen Scheiß. Für die ganzen Schissen. Warum ist es hier so verdammt dunkel? Mal sind die Übergänge. Dunkel, mal hell. Aber auf eines sind sie auf jeden Fall. Zombie-frei. Ah, hier ist kein Poster von irgendwelchen Aliens und sonstigen. Ich hör sie das schon wieder. Kräuchel und Fleuchen. Irgendwie Angst einjagen. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Hey, dieser Kindergarten sieht gar nicht wie eine Todesfalle aus, oder? Es ist noch nicht zu spät, einfach die Tankstelle zu stürmen. Na, meinetwegen. Es ist deine Beerdigung. Den Typen da einfach nur töten. Ich gehe zurück und speichere. Was machen wir aneinander? Genau. Ich gehe zurück und speichere. Den Weg müsste nicht dabei sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn ich dann wieder bis hierhin laufe. Vielleicht suche ich mir da zum Beispiel. CinemaZombics da. Wenn man wieder zurückkehrt an irgendeinen Ort. Aber ich gehe, wie gesagt, speichern. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.